Warte mal, jetzt muss ich dir selber überlegen, was ich sage. Hallo! Ton war nicht am, sorry. Hallo, Champagne. Stell mal rein. Vor allem, wenn ich gestern intensiv trainiert habe, dann fühlt sich das alles ziemlich steif an in der Hüfte. Wir unterstützen gern die tolle Kasten... Storschenkasten. Das sind doch Störsche. Hopp oder Topp, wie ist das Bauchgefühl? Auf jeden Fall Hopp. Viel Erfolg in England. Noch einmal. Noch einmal hoch, bitte. Komm, setz noch mal an. Ich kann das nicht so lange im Mond haben. Wir unterstützen gern die tolle Stasche... Warum sagst du, Alter? Mach die Kamera weg! Wir unterstützen gern alle... Ja, 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 ja. Ihr sollt zusammenfallen! Ja, 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 ja! War völlig daneben gleich nochmal. Kann das nicht. Könnt ihr nicht wen anders hier hinsetzen, bitte? Mehr Bäume für Schleswig-Holstein. Es war mein Traum, in der Squad zu spielen und in meinem Land zu spielen, also... Okay. Ich mag nicht Spires, Mann. Ja! Ja, war der Ansatz zwar gut? Ja. Mit jedem Kubikmeter Kraftstoff an den Wildertankstellen wird ein Quadratmeter neuer Wildertankstellen... Junge. Ich weiß gar nicht, wer ihr da... Wir unterstützen gern... Wir unterstützen gern alle Storschen von mir. Ne. Mit jedem Kubikmeter Kraftstoff an den Wildertankstellen wird ein Quadratmeter neuer gepflanzt. Wilderwald. Du bist ja präsentiert. Ja, genau. Was, der Tommi Däne kann auch nicht gescheit einbocken. Ne. Ich muss so lachen, das kann nicht mehr, ey. Könntest du noch mal etwas gerade? Ja. Däne, verkauft den Becher. Ja, genau. Das ist so peinlich. Wir unterstützen gern die tolle Aktion Storschenkastenaktion. Wie gedacht? Du? Hey! Boah, was wäre denn Simon Lorenz? Was sagst du als Außenminister zu dem Thema Intelligenz? Was soll ich denn daraus sagen? Kathi? Sieht schon super aus, oder? Das ist ein Insider. Ich check ihn nicht mehr. Aber lief die Kamera jetzt wirklich schon? Ja. Okay. Naja, das ist ja nichts Schlimmes. Naja, überhaupt nicht. Ich hab nur ne Krispum-Kugel im Ohr, aber sonst... Hm. So ist einfach bodenlos, deswegen. Ich will das ja schön machen. Nein, wir wünschen alles Gute und viel Glück. Okay. Und dann machen wir das Klink? Ja. Go. Wir wünschen alles Gute und viel Glück. Wie ist es heute, ne? Sonntag, ne? Sonntag. Ja. Spiel mit deinen Augen, Fommi. Ja, bist du tiefer? Umso mehr Routine habe ich, umso besser werde ich. Umso geschmeidiger bin, umso... So, nochmal. Hallo, liebe Holstein-Fans. Wir als Spieler und auch als gesamter Verein wünschen euch allen da draußen ein frohes Weihnachtsfest. Ich sag dir, wir alleine werden dieses gesamte Outback-Video in Anspruch nehmen. Wir kriegen es nicht hin, wirklich. Wir kriegen es nicht hin. Wir kommen zu ner nächsten Reihe. Oh. So gibt's jetzt mal ohne Spaß. Kamera ist ja nicht aus jetzt wahrscheinlich, ne? Das ist echt hässlich. Das ist überhaupt... Was ist das hier? Hier musst du auch noch einen drauf machen. Ich muss das mal gerade ziehen hier. Es geht nicht, Junge. Es geht nicht, Junge. Der hat einen dicken Bauch hier und hat lange Beine. Man kann das nicht anders einpacken. Natürlich. Du standest... Du, weil du so breit bist und ich einfach die Kamera gar nicht mehr sehe. Ja! Jawohl. Das muss man ganz nun jetzt. Seriös, okay? Mach den Mundwinkel wieder runter. Mach den Mund und mach den Kopf. Dann... Hallo. 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 Mein Bauch hat lange Beine. Erinnert mich an dich. Besser zu sein als letztes Jahr. Wenn ihr... Jetzt mach ich ein Zehn-Minuten-Video oder was? Alter. Und wir zwei... Als Superstar. Boden... Also es war bodenlos jetzt mal herrlich. Drei... Zwei... Eins. Du hörst einfach auf... Du hörst einfach auf... Pfff. Die Kamera laufe jetzt da ein bisschen, deswegen singe ich nicht mit jetzt! Das ist extrem wichtig. Da haben wir auch absolutes Verständnis für. Es gibt doch auch unten eine Kaffeemaschinebremse.